Hallo und herzlich willkommen wieder immer hier bei uns in der Whiskyzone mit Holger und Andi. Auch von mir ein herzliches Hallo und heute haben wir einen richtigen Dauerbrenner bei uns auf dem Tisch und zwar einen Glamoranji Kinta Ruban. Ja, der brennt so richtig. Nein, das ist nicht gemeint. Er ist einfach sehr gut nachgefragt. Er erfreut sich einer steten Beliebtheit. Ah, das ist also damit gemeint. Genau. Ja, also zwölf Jahre alt, das heißt bei uns, bei Glamoranji heißt das sozusagen zehn Jahre Ex-Bourbon in First Fill und Second Fill Ex-Bourbon Fässer und mit einem extra Finish in Ruby Portwein Fässern. Ah, der Profi sagt zehn und zwei. Zehn und zwei, genau. Da gibt es andere Geschichten, da gibt es einen Nectador mit Soteranfasslagerung, da gibt es einen La Santa mit Cherry und Kinta Ruban, wie gesagt, einen Portwein. Genau. Das ist so die klassische Reihe mit dem Original, mit dem Zehner. Der passt da auch ganz gut rein. Genau. Was können wir hier zur Erklärung sagen? Wir haben mal so ein bisschen nachgeforscht und da gibt es ein paar interessante, ein paar richtige und ein paar falsche Erklärungen zu dem Namen, meine ich jetzt. Das ist er, mit der Ruban. Leg mal los. Was möchte ich dir? Was, äh, 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 die Eichleitung so schön in den Worte geschmückt. Meine richtige Erklärung war gewesen, äh, wie die Bodega beim Cherry ist die Kinta quasi das Weingut des Portweins. Daher der Name und dann, äh, Ruban quasi abgeleitet von Rubi, also von, äh, Rubinrot. Genau. So soll die Farbgebung nachher auch sein. Genau. War ja ja in solchen Fässern lag. Und wir haben überlegt und überlegt, wir hatten glaube ich Erklärungen wie Kinta 5 oder was hast du noch gesagt? Na, gib mal Kinta einfach ein, äh, 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 Kindla-Übersetzung oder so. Dann steht dann so wie das Fünfte oder Fünftes oder sowas. Und man sieht wirklich im Glas diese Rubinrot-Färbung. Du hast so einen, äh, so einen Rotstich. So wie das, oh, ich bist richtig. So wie das halt gewollt ist. Das kann man bei mir kaum übersehen, weil echt viel in dem Glas ist. Mhm. Danke dafür. Ich zeige euch noch kurz die Farbe. Lässt sich vielleicht ganz gut vergleichen Nicht, weil sie sich so ähnlich sind Um es einfach zu unterscheiden Mit dem La Santa vielleicht mal Da sieht man einen ganz deutlichen Unterschied Und Ja Was wollte ich jetzt noch dazu sagen Angegeben ist nicht gefärbt Ja, da auf wollte ich hinaus, genau Angegeben nicht gefärbt Ja Also normalerweise Glamorgy ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite Wenn man Farbstoff mit angibt Bei dem wurde irgendwie darauf hingewiesen, dass es nicht gemacht wurde Nicht kühl gefiltert, 46% Also ziemlich Wie sagt man, ziemlich natürlich belassen Ja Okay, dann gucken wir mal hier Trotzdem ist die Grundnote Doch die vom 10er Du hast halt wirklich immer noch diese frischen Fruchtnoten Du hast Vanille Karamell Dabei sind wir hier wieder mal Haben wir schon lange nicht mehr erwähnt Beim klassischen Brennereicharakter Ja, genau Genau, stimmt Und das ist auch Das ist auch echt gut so Weil Die hat einfach Der hat es einfach drauf Was den Brennereicharakter angeht Ja Weil wenn man sich mal den 10er hernimmt Der wirklich Der wirklich echt geil ist Auch weil er so schön unkompliziert ist Man darf es dann einem auch nicht schwer machen Die andere Whiskys aus seiner Brennerei Zu kompliziert einfach zu gestalten Dass man sie vielleicht nicht mag oder so Ähm Ja Weil Wer ist es Never Stopp The Running System So ist das Also von daher Was großartig für Experimente machen Obwohl ja Glenmorangie ja natürlich auch Experimente macht Es gibt ja auch die Die jährlichen Sonderabfüllungen Und so Genau Gerade da werden eigentlich Experimente gemacht Ähm Da gibt es manchmal den Sachen Die in Madeira nachgelagert wurden Oder auch mal in Ähm Was war es noch Es war eine bestimmte Art von Gerste wurde genommen Zum Beispiel bei bestimmten Abfüllungen Und ähm Ja Trotzdem machen sie eine Menge richtig Also die Die Core Range Die Das Standardsortiment sozusagen Bringt wirklich alles mit Was man so braucht Du hast halt Experten Du hast Cherry Du hast Port Du hast Soterne Du hast 18 Jahre 25 Jahre Du hast jetzt neue Vintage Edition Top Also Nicht viel Schlechtes von Glenmorangie Eigentlich bis jetzt im Glas gehabt Ja In der Tat Ja Ja So auch wie hier Ähm Erstmal Erstmal wieder total unkompliziert Also man kann sich da richtig gut reinfinden Und ähm Schnuppert eigentlich typische Sachen Ja Wir sind hier bei klassischen Ja Cherry Noten eben Cherry Noten Ja Doch so ein bisschen möchte ich eigentlich ja In einem Port Ja in einem Port Ja auch in einem Port Ja du hast gedacht Was du meinst sind rote Früchte Früchte Bei mir sind es eher so Die Orangenrichtung Mit ein bisschen Schokolade Genau Also es Ist von hell bis dunkel Eigentlich so alles mit dabei Und du weißt jetzt schon Im Aroma Dass da ein bisschen was würziges Kommen wird Genau Im Geschmack Das weißt du Du merkst es halt Das Spielst du mit rein Probieren wir es doch Ja Oh ja Holla die Waldfee Also da kommt nochmal richtig was Es fängt erst da nicht an Und süß Aber dann Gibt es nochmal richtig schöne Portionen Würze Gehwürze Pfeffer Ja das nicht so knapp Vielleicht sowas wie Nelken Ein bisschen Zimt Ist schon Ist schon Krass Also hatte ich gar nicht Sondern gar nicht in Erinnerung Und Kein schönes Brett Wir haben kürzlich mal Ein Experiment gemacht Einfach so Weil Es gibt ja Leute die behaupten Ein Whisky muss So und so lange Im Mund verbleiben Auch das Ihr kennt das Alles was ich dazu sage Ist mal diese Diese ganzen Regeln Und so Es gibt bestimmte Sachen Ja die kann man wirklich falsch machen Das ist klar Aber dann gibt es auch andere Sachen Genauso wie das Die muss man für sich selbst Irgendwie herausfinden Hier ist es so Bei dem Wenn man den wirklich extrem lange Ihr werdet es vielleicht gesehen haben Ansonsten spult nochmal zurück Ich habe mir jetzt wirklich mal Lange im Mund behalten Und auch mal versucht 10-12 Sekunden Es gibt halt so diesen Spruch Lassen Sie lange im Mund Wie viele Jahre er auf dem Buckel hat Also in Sekunden Wird dann so beim 30-Jährigen Richtig schwer Ja Und Aber das Ding ist immer Es verschlägt einen dann auch Erstmal für Ja Mindestens genauso lange Die Sprache So wie bei mir jetzt Er wird richtig 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 würzig Ja Es bleibt erstmal Es erschlägt einen fast Ja Im Vergleich Wenn man den wirklich mal So einfach so Die seine 3-4-5 Sekunden Mumpel lässt Wie es die meisten Leute Häufig machen Ja Also da könnt ihr auch mal Auch mal ein bisschen variieren Euch ein bisschen was ausprobieren Genau Aber wie Holger schon gesagt hat Er wird sehr würzig Richtig schön rund Wenn Wenn das erstmal vorbei ist Wem das zu doll ist Nicht beiseite schieben Den zweiten Schluck probieren Den zweiten Schluck Immer trifft es gerade ziemlich gut Finde ich Also du bist so ein bisschen So in Richtung Vielleicht nicht Nicht jetzt wirklich Aber so ein bisschen After 8 In die Richtung Ähm Minze Dunkle Schokolade Viel Gewürze Also Trifft es ganz gut Wird jetzt noch nicht bestätigt Von Andi Aber Vielleicht kann mir Irgendjemand mal Zustimmen Nachher Vielleicht kann mir Aber After 8 War jetzt auch noch nie So mein Ding Er bringt Bestimmte Frische mit Die halt Irgendwie So ein bisschen Wie Menthol Im Mundraum liegt Genau Und das ist halt Dann der Punkt In dem Fall Ich möchte eigentlich Eigentlich möchte ich noch So viel mehr sagen Aber es dauert Bei dem eine Weile Also erst Ich würde ihn schon Als sehr komplex Betrachten Denke ich auch Wo man sich wieder Ein bisschen mehr Als 10 Minuten Zeit lässt Eigentlich Wenn man nicht gerade Irgendwie was Vorbereitet hat Und vom Zettel Abliest Und dann runter Rattert Oder so Was meiner Meinung Nie so wirklich Funktioniert Aber da gibt es Mittlerweile Also mit Sicherheit Auch andere Die können das Sofort Nach einer Minute Greifen Und erzählen 1 der 20 Dinge Die man da Rausschmecken kann Bei mir funktioniert Das leider nicht Ich brauche eine Weile Deswegen Verbleibt auch Meistens Immer noch Ein kleiner Schluck Drinnen Weil Wenn das Video Zu Ende Ist Diskutieren wir Ja das ist Was soll ich jetzt sagen Ein kleiner Schluck Diskutieren wir dann immer noch Einen kleinen Moment Und dann kommen viele Sachen Erst Im Gespräch Miteinander Vor der Kamera Ist immer schon Ein bisschen schwierig Mein Fazit Ist Ein super Gelungener Whisky Wie auch Die anderen Drei Klassiker Von Glamonji Kann man Wenig verkehrt Machen Sowohl Für den Anfänger Als auch Von den Vorschrittenen Seit Jahren Immer wunderbar Der gehört dazu Preis Leistung Auch Wunderbar Gibt nichts Zu meckern Absolut Genau Und gerade Wenn man sich Diesem Thema Fasslagerung Und die Unterschiede nähern Möchte Gibt es Dieses Probierset Und da hast du Wirklich mal Alles mit drin Wo du quasi Die ganzen Geschichten Nebeneinander Stellen kannst Cherry Port Und so Tern Das sind somit Die hauptrichtung Zurzeit Da kannst du Wunderbar Wirklich Vergleichen Wie die Sachen Sich unterscheiden Und die Unterschiede Sind auch Gut Rausgearbeitet Also es Gibt Da brennereien Da kriegst Es nicht So leicht Hin Bei Glamonji Ist jemand An In der Verantwortung Der da Sehr Gut Arbeitet Dr. Bill Lampson Der macht Auf jeden Fall Einen Sehr Guten Job In was Der wohl Sein Doktor Hat Whisky Creating Schlecht Der bleibt Aber auch Kräftig Der bleibt Kräftig Ich habe Dieses Milch Ich habe Diese Frische Diese Minze Ich Immer Noch Auf der Zunge Liegen Der wird Auch Der wird Nicht So Der wird Nicht Ekelhaft Buffig Oder So Der bleibt Der Ist Wirklich Gut Ausbalanciert Der Ist Hart Am Gaumen In Irgendeiner Form Weil Er Dem Wirklich Mit Ganz Vielen Aromen Belegt Aber Über Überlagert Nicht Wenn Man Das Mal So Ausdrücken Kann Ich Habe Ein Bisschen Ich Habe Ein Bisschen Milder Erinnerung Vielleicht Weiß Nicht Früher Gab Es Mal Mit 43 Ja Das Kann Es Ich Mir Die ganze Zeit Überlegt Ich Habe Es Mir Nicht Getraut Zu Sagen Es Es I Mache Er Bitt Liken To Video Es Gefallen Hat Und Bis Z Nächsten Mal Mach Es Gut Untertitelung. BR 2018